Ich versuch, dich aus dem Kreis zu stoßen. Du versuchst, fünf Sekunden durchzuhalten. Nicht zu grob mit dem Frischling, Gally. Fertig? Komm schon, Frischling. Wir sind noch nicht fertig. Hör auf, mich Frischling zu nennen. Ich soll dich nicht so nennen? Wie soll ich dich denn nennen? Strunk? Weißt du was? Ich hab mich für Strunk entschieden. Los, kämpf endlich! Wir müssen hier raus. Wir werden eingeschossen. Los, los! Los, los, los! Los, los, los! Lass uns aufdrehen! Tag 1, Frischling. Raus aus den Federn. Was ist das hier? Weißt du deinen Namen? Ich kann mich an gar nichts erinnern. Wer hat uns hergebracht? Wissen wir nicht. Was ist da draußen? Das Labyrinth. Jeden Morgen, wenn sich diese Tore öffnen, suchen die Läufer einen Weg nach draußen. Niemand hat bisher eine Nacht im Labyrinth überlebt. Was passiert mit ihnen? Wir gehören hier nicht her. Es wird Zeit rauszufinden, womit wir es hier zu tun haben. Alles hier hat sich verändert, seit du aufgetaucht bist. Ein Mädchen. Thomas. Warum sind wir anders? Was, wenn wir aus einem bestimmten Grund hier sind? Du bist nicht wie die anderen. Du bist neugierig. Aber wenn du hierbleiben willst, muss ich wissen, ob du die Regeln einhältst. Die Regeln. Du bist neugierig. Was ist das? Was, wenn du hier关terst? Was ist das?